Und damit willkommen zu einer neuen Folge von L.A. Wir sind immer noch bei der guten Dame und suchen noch ihren Mann, Bruder. Ich glaube, die sind nicht miteinander verband, sie heißt anders als er. Wer mich nicht alles täuscht. Und haben in der letzten Folge schon die Reifen gefunden und das Kennzeichen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und schauen uns jetzt mal noch ein bisschen hier um. Gucken, ob wir noch irgendetwas Schönes finden. Guck mal, da ist Post oder so. Einkaufssettel. Ich sehe es auch nicht. Nina, Nino. Ne, Nina und Nino. Äh, Mino, ne? Mina. Mina und Mino, so. So, haben wir denn noch, das ist die Eingangstür gewesen. Da komme ich leider nicht rein. Da haben wir noch etwas. Ah, und hier haben wir auch die Flagge. Haben wir alles am Start. Ja, wir haben ja jetzt alles. Wir haben ja... Also wirklich das volle Programm. Ne, aber schön. Ach, das geht noch ganz nach unten hier. Wohin für die Tür? Hä? Hey, keep it down, would you? My little girl just got to sleep. Oh, Entschuldigung. Ach, das ist ein anderes Apartment. Ich bin gerade aus der Tür rausgegangen. Sorry. So, da müsste ich alles haben jetzt. In die eine Tür komme ich nicht rein. Und hier komme ich auch leider nicht rein. Ähm, hier war ich noch nicht. Aber hier gibt es nichts. So, dann... Ne, ey, ich will gar nicht mit dir. Du bist in Syrien wieder, Frau Rodriguez. Aber Gabriel ist nicht hier. Ich habe nichts falsch gemacht. Ähm, wann war der letzte Kontakt? Tell uns die Wahrheit, Anna. Hat Gabriel hier gewesen? Ich habe ihn nicht seit drei Nachts gesehen. Das ist eine glatte Lüge. Oh, und das Baby? Oh. Ähm, da gehen wir doch mal direkt mal einmal auf das Frühstück. Okay, äh, gibt es irgendwie ein Motiv? Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Ah, ich zweifle das mal an. Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him. And you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. Das war wieder falsch. Mann. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Das zweifle ich jetzt an. Tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on first in Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policiers have wrecked, trying to follow him. Das war richtig. Wunderbar. Eine falsch. Okay. Straßenrennen auf der Santa Fe Avenue beiwohnen. Illegale Straßenrennen. Oh, Gott sei Dank, ey. Eine nur falsch. Auch unangenehm, aber es geht, ne? Es geht. Machen wir. Machen wir mal, Freund. Komm mit. Aber ich möchte hier einmal nochmal klopfen, einfach so spaßhalber. Ich klopfe auch einfach gerne an die Tür, mein Freund. Weißt du? Einfach auch mal zeigen, dass wir da sind. Was ist das? So findet der Dulli, der mich blöd anmacht hier, oder was? Was ist mit dir, ja? Abmarsch. Weitergehen. Oh, du Vogel, du. Mann, ey. Noch was, oder was? Möchtest du noch etwas haben, hm? So. Abmarsch, ne? Mit dir. Okay. Wunderbar. Also, nächstes Mal nicht so frech sein. So, hab ich geklärt. Paul, ich hab's geklärt. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Zentral. Nein, nein, nicht zentral. Nee, 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 nee. Einmal bitte zurück. Das machen wir ganz, ganz zum Schluss. Wenn wir alle Beweise haben. Jetzt muss ich fahren? Okay, kein Problem. Oh, das ist eine verdammt harte Laterne. Oh, das ist eine verdammt harte Laterne. Ich hab noch verdammt um nach Sirene. Jetzt nicht. Oh, da bin ich auch fast im Ufer gewesen. Der schwingt so ein bisschen komisch. Oh, ja, Entschuldigung. Ich war jetzt grad so weg, ne? Beim Fahren. Schott, Schott, Schoppi, die Schott, Schott, sagt er. Da können wir ja sofort wieder komplett zurück, ne? Jawollo. Schaß, kein Problem. Oh, guck mal, da war auch eine Polizeistelle. Da standen ganz viele Kopf-Ausrüst. Das ist wirklich fast da, ne? Das ist die Avenue hier. Und da fahr ich jetzt auch rein. Was war das denn? Anziehungskraft des... Oh, was ist mit der Sonne? Holy shit, mit der stimmt was nicht. Die ist nicht in Ordnung. Ja, da muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen. Ich hab's Sirene. Ja, wo sind die denn? Kann ich nicht wie bei GTA, äh, äh, größer machen? Schade. Schade, schade, schade. Da am Park, ne? Im Park, am Park, im Park. Oh, was soll sein? Ist gar kein Park. Oh, verdammt. Guck mal, die werden viel schneller da gewesen, die Kotz. Eigentlich hab ich meinen Kollegen auch gesagt, er sollte fahren, aber... Jawohl. Ohi, das war ein Kopp. Der kann gleich fahren, das sag ich dir, ne? Der kann gleich fahren, da hab ich keine Lust drauf. Das ist ja Arschweil. Da muss ich ja durch die ganze City mal einmal fahren. Ja, jetzt haben wir's. Oh, da paratet die, ne? Wie geht da? Wie macht das? Ups. Der Begrüß, ich bin gleich nah. Okay, kein Stress. Oh, oh. Tod von oben. Was, ich seh nach oben, oder was? Was? Das bringt den. Der ist so gut, da. Oh, der dringt. Das war richtig schön noch. Aber den krieg ich nie wieder an. Guck dir's an. Guck dir's an. Ich krieg ihn nicht. So. So. So ein bisschen Ruhe hier reinbringen, ne? Will ich schießt her? Weiß ich selber nicht. Okay, da muss ich hoch. Oh, mein Kollege macht das schon wieder. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich mach das, mein Freund. Lass es sein. Ich krieg das hin. Du kriegst das nicht hin. Du verkackst das. Ja. Du dealst mit ihm. Ich komme über die Straße von hier. Ja. Komm, geh da hin. Oh, nee. Put the weapon down, now. Pam, pam. Weg, Midi. Weg. Einfach weg. Was richtig oder was falsch? Werde ich den auch festnehmen können. Das ist wichtig. Straßenverbrechen abgeschlossen. 4 von 40. 15 Erfahrungen. Wunderbar. Schönes Ding. So, mein Freund. Du fährst jetzt mal, ne? Lass mich doch nicht immer fahren. Oh, guck mal. So ein altes, schönes Diner. Illegale Straßenrennen. 6 Uhr. Den holen wir uns. Polizia. Können wir schießen? Hey, 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 hey. Hey, mein Freund. He's getting away. Hey, die sind gut. We're gonna lose him. Die helfen dem. Hat der mich ausgetriebt. Uh, das sah nicht gut aus. Wo kommst du her? Oh, nee. Ja, zeigt mir, ob du kamst, der Gara. Ein kleiner Freund, oder? Ach, guck mal, hier, das haben wir aber auch bei GTA. Die Kanäle. Wie denn? Der fällt ja schon auseinander, der Wagen. Was ist los? Ein Stück hier, nur noch ein ganz kleines Stück hier dran. Und dann kann ich so rüberziehen. Schade. Ups. Ich kann auch mal nicht schießen. Das war ja peinlich. Ich wollte schon sagen, was ist mit Ible? For Grand Theft Auto. Weil du es gespielt hast. Wer sind die Türen denn? Da ist er stolz. Da ist er stolz. Was ist denn jetzt los? Ist das jetzt abgeschlossen? Obwohl ich noch gar nicht mit dem anderen Typen geredet habe? Yo, ich werde nicht mehr. 16 von 17 fragen richtig. 6 von 10 leider nur. Sachschaden 50 ist in Ordnung. Fahrzeugschaden mal ein bisschen mehr. Eine Audienz mit Generalkonsul Waldes hätte wahrscheinlich den Dieb und das Motiv enthüllt. Ja, aber ich Hä? War doch viel cooler so, oder? Dass ich nicht mit ihm gesprochen habe. Und ich hab doch den Dieb. Hä? Meine Schwestern arbeiten in Los Angeles in eine Bomberfaktorie. Sie kommen nachher zu besuchen. Ich treffe sie an der Station an 6 Uhr. Gut für dich, Jack. Sind sie süß? Sie sind meine Schwestern, Hank. Attention! Final inspection vor Liberty. Good job, Kelso. ist die Carbine. Full inspection. Uh-oh. Eine himmlische Ehe. Körgene Schwestern Fahrerfluchtfahrzeug, Opfer der Fahrerflucht Rays Café. Auf freigeschaltet und heruntergeladen Fälle kann unter Fälle in der Hauptwindung zugerufen werden. Okay, alles klar. Und wo kriege ich einen neuen Anzug her? Das würde mich echt mal interessieren, aber irgendwie... Keine Ahnung wo. Was ist denn das hier? Das ist mein Büro. Also mit meinem Büro. Habe ich hier eine Umkleidung, ne? Hier habe ich auch noch eine Tür, aber da komme ich wieder auf den Flur, ne? Und hier gibt es sonst nichts. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal den nächsten Fall. Starten wir in der nächsten Folge. Also, wir gucken noch Ecos hier rein. Ach, das ist von dem Captain, okay. Ne, ich habe nichts gesagt. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.